Das Jagdschloss Fasaneri befindet sich beim Ortsteil Hermannsfeld der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen. Lage Das Schloss liegt am Rand eines Wäldchen östlich von Hermannsfeld an der Grenze zu Bayern, rund 10 Kilometer südlich der Kreisstadt Meiningen. Unweit verlaufen die Landesstraßen L3019 und L2625, von letzterer geht eine Zufahrtsstraße zum Schloss ab. Der Radfernweg Mainvera führt unmittelbar am Schloss vorbei. Vom Schloss bietet sich ein weiter Blick auf die südliche Rhön. Geschichte Das zum Schloss gehörende Waldstück wurde bereits im 16. Jahrhundert als Tiergarten genutzt und diente ab 1680 den Herzögen von Sachsen-Meiningen als Jagdgrund. Herzog Georgi ließ dann den schlichten klassizistischen Bau mit Zweieckpavillons um 1790 erbauen. Während der napoleonischen Zeit gab es finanzielle und besatzungsmäßige Schwierigkeiten. Russische Kosaken plünderten 1813 durch das Weratal. Erst ab 1821 erlebte das Gelände unter Herzog Bernhard II eine neue Blüte als herzogliches Jagd- und Ausflugsziel. Das Wäldchen wurde zum Naturpark, wo man in Gehegen Fasane, Rot und Dammwild hielt. Nach der Revolution von 1848 war der Naturpark allen Bürgern zugänglich. Unter Herzog Georg II erlebten Schloss und Park ihre Blütezeit, als man neue Zuchtanlagen und Teiche angelegte. Nach der Abdankung von Herzog Bernhard III. Im November 1918 kam das Anwesen zum Freistaat Sachsen-Meiningen und ab 1920 zum Land Thüringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Flüchtlinge und Vertriebene sowie elternlose Kinder hier eine Heimstadt. Wegen der neuen innerdeutschen Grenze nutzten dann Einheiten der Roten Armee und später der Grenzpolizei das Schloss als Unterkunft. Ab den 1960er Jahren wurde das Schloss unter anderem von der Henneberger Schule genutzt. Nach 1977 stand es weitgehend leer. Auf Initiative der Bevölkerung konnte dem Verfall des Schlosses etwas Einhalt geboten werden. Die Fasanerie wurde von der Gemeinde Hermannsfeld und ab 1997 von der neuen Gemeinde Rhönblick übernommen und mit EU-Unterstützung saniert. Auch das biosphärene Reservat Rhön war mitbeteiligt. Im Wäldchen legte man eine Natur- und Bienenlehrpfad an. Kurzzeitige Pächter des gesamten Anwesens war später der gemeinnützige Verein Bundesverband Projekt 50, der hier ein Kommunikationscenter errichten wollte. Nach Unstimmigkeiten wurde ihm 2015 gekündigt. Seit 2013 betreiben neue Pächter das Restaurant Jägerstube und das Schloss wird für verschiedene Feste der Gemeinde genutzt.